hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde folge fortnight mein name ist michael ich spiele wieder zwei runden circa und ja schauen wir mal was wir jetzt hier machen können hier ich habe gerade schon mal im voraus im itemscript reingeguckt kann ich ja sagen was neu kam und zwar kam das hier neu kommt heute und das hier und das hier das hier ja das hier kam neu wie die die reihe hier auf jeden fall das hier so ein gang sieht cool aus ja das wie gesagt das kam auch neu heute das hier auch und das und das ist tägliche für den saxophon spielen schlagfertig auch cool ja das sind die sachen die heute neu kam und ja ich spiele jetzt mit euch zwei runden ich mache quest soll ich jetzt mal also noch hier so ein bisschen transformer quest versuche ich zu machen meisterne machst ja sowieso das hast du eher ein bisschen zeit bis man das fertig haben muss oder sollte bei der wöchentlichen ja die aufgabe ist ein bisschen schwierig zu bewältigen füge einem gegner schaden mit einer schoten pflanze zu das ist nicht so einfach ich konzentriere mich auf die transformers aufgaben das heißt also ich muss ein reitier besorgen oder ein fahrzeug und daraus gegnern schaden machen phase 1 von 3 bin ich zerstöre objekte mit explosionen das heißt unserer tankstelle irgendwie oder halt halt benzin kanister explodieren lassen dann steht noch zerstöre vorratsdrohnen bei brennpunkten da fliege als erstes sind ich muss ja sich verpflichtet haben am besten wo ich gleich mal wo ich da landen kann am besten hier weil die tankstelle ist ja ist die karte noch mal würde ich zeige euch gleich wo ich meine wie gesagt checkt mal meinen kanal ab gegen michael.bo wenn ihr wollt kommentiert und lasst einen daumen hoch da und das auch gerne kostenlosen abo da ist ja auch super toll und folgt mir auf twitch dort heißt ich xx michael.boxx dort bin ich fast jeden tag live mit fortnite schaut mal vorbei ich spiele sehr häufig auch mit zuschauern und quatsch mich einfach an und dann können wir gerne mal zusammen spielen ja so wo ich jetzt meine ist oh slappy shorts 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 ist ziemlich nah dran aber da gehe ich glaube ich trotzdem hin weil da eine tankstelle ist die kann ich zum explodieren bringen ja ich gehe ja trotzdem egal ich bin dann sicher auf die fresse nicht schlimm so wenn wir beschrieben sich jetzt 20.000 leute landen aber was soll's ja dann wünsche ich viel spaß ich klatsche nicht so viel beim spiel ich konzentriere mich immer aber ich versuche natürlich so gut wie möglich auch zu reden aber jetzt gehe ich jetzt mal zu der tankstelle da hinten hin und dann will ich gerne mal ein reit hier finden ja da landen aber nicht so viele das ist meine waffe schnappen hier naja das ist keine waffe auch einer habe ich mal mit gepustet auch ich komme schon fertig Sehr gut. Wow, die nehme ich mit. Sehr gut. Da komme ich auch mit. Das lasse ich hier. Das lasse ich jetzt auch mal hier. So, stopp. Bummering brauche ich nicht. Die Aufgabe ist schon fertig. Die kann ich erstmal mitnehmen. Ah, da ist sie ja. Die Schroflinte. Zwar nur grau, aber egal. Ich sehe hier noch eine DMR. Guck mal an. Die ist die in grün. So. Da liest die auch nochmal in grün. Ja. 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 Da ist ja auch mit einer DMR. Und eine DMR. Ja. 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 Da musst du gar nicht wegrennen, Freundchen. Der wollte sich einfach wegrennen. Der wollte sich einfach wegrennen. Yo, yo! Das ist auch nicht mein Freund. Kann man jetzt hier... Hm. Guckt sogar einer zu? Was ist das denn? Ja. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm. Äh, ja, komm. Ähm, Aufgabe. Ach so, jetzt muss ich noch mehr Explosionsdinger kaputt machen. Ah. der ddw guckt einer zu auch mal was ist denn da 300 meter das ist ein boss das ist ein ding hier ach jetzt ist das es 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 wir gucken wir noch zu kann nämlich eigentlich hören schade so 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 Guck mal, hört zwei zu. So Ist noch einer So ARD Text im Auftrag von Funk 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 da ist einer die siegeskrone fallen lassen das denn ich beschossen hatte kommen der wagen da hinten noch acht gegner sturm vorhersage gibt es gar nicht mehr schade da hinten hockt da immer noch und seiner karre da hinten aus scheiße ich muss weiter also die karre kaputt ich muss runter leider muss weiterziehen da ja 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's. Noch vier Gegner. Noch zwei Gegner. Und ich hab ne Krone aufgesammelt. Warum muss ich voll klatschen? Ah scheiße hatte ich noch. Ah fuck, jetzt komm ich nicht mehr hoch ne? Scheiße. Nein. Fünfer tics. Ja. Oh es geht gleich zurück, es geht gleich noch da. Scheiße. Hab dich. Ja, Leute, die Runde lief. Jo. 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 So, muss ich noch eine Aufgabe machen? Ich guck mal her. Ähm. Zerstöre Objekte mit Explosionen. Ach schon wieder? Ach ich bin auf Phase 2 von 3. Siehst du jetzt, ich vergesse immer mir irgendwie Fahrzeug hier zu schnappen. Oder ein Reittier. Um dann Schaden zu machen. Egal. Hm. Und äh. Und äh. Dann. Machen wir das einfach mit. Auch die Aufgaben. Dann lande ich am besten wieder, Leute. Gucken wir aber erstmal gleich. Meilensteine. Aktiviere Realitätserweiterung oder wechsle sie aus. Ah ok. Für Gegner Schaden zu. Ja. Normal. Dafür Drohen. In bekannten Orten. Ja. Gut. Alles klar. Ja. Dann wollen wir mal versuchen, die Krone nochmal zu verteidigen. Ich habe jetzt eine Krone gemopst und habe dann einen geistlichen Sieg geholt. Deswegen habe ich jetzt einen epischen Sieg. Also einen Kronensieg gemacht. Gucken wir mal nach. Ja. Da sage ich nur dazu. Hel. Hm. 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 Vielleicht ton mir die Krone verteidigen. Hey. Mal schauen, oder wenn ich es auch nicht so schlimm. Really... ... what happens? So ist das. So ist das. Ah, ne, aber es ist Slappy werde ich nicht untergehen, sondern ich gehe dorthin. Da gibt es ja auch was zum Explodieren zu machen. Slappy ist mir zu nah an der Buslinie lang. Und ist auch noch gelb, Slappy. Auf keinen Fall. So, auf, auf in die zweite Runde. So, auf, in die zweite Runde. So, auf, in die zweite Runde. Hm? Da kommt einer. Das ist einer hinter mir. Oder neben mir. Der Lump. Verschwingt. Piss dich. Oh, hier noch mehr. Oh, hier noch mehr. Oh, hier noch mehr. Was ist denn hier los? Nee, 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 nee. Ich mach mal seine Ruhe hier. So, Tür zu. Schuflinter auswechseln. Weg damit. Da. Da. Schlüsselchen. Wir nehmen, äh, ja. Oh, hier noch mehr. Oh? Was ist das? Das war's. Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß grad momentan noch gar nicht wo lang. Wie sieht's denn... Das sieht schon wie meine ganze Knete aus. Das war's für heute. Drei Schlüssel. So, wo geht's denn überhaupt lang? Das sieht ganz gut aus, dass es hier bei mir endet. Hö, unschlecht. Hm, mein ich denn jetzt? Sind noch 25 Gegner. 100 Meter. Ach komm, ich riskier das, oder? Ja. 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 Ah. Boah, geht doch mal da hoch, Alter. Ey. Was ist mit dir nicht richtig? Hä? Oh. Was für ein Scheiß hier? Wie ist sie hoch? Was für ein Scheiß hier? Was für ein Scheiß hier? Tja, hier sind jetzt zwei Leute. Was für ein Scheiß hier? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zuerst nehme ich die erstmal mit ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. Na da oben in den Bäumen ist der Sacker. Ja. Zwei geile Runden. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Ja. Hey Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut bei mir am Kanal vorbei. Gameplay. Daumen hoch lassen. Wenn ihr wollt auch ein kostenloses Abo dran lassen. Wäre super toll. Oder schaut mal auf Twitch vorbei. Heiß ich xxmichael. Auch dort bin ich fast jeden Tag live. Schaut mal rein. Sprecht mich an. Ich spiele mit Zuschauern sehr viel. Ja. Dann freue ich mich auf euren Besuch. Und wie gesagt quatscht mich an. Dann spielen wir eine Runde. Ja. Dann sag ich mal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.